Als Lady Sarah Armstrong-Jones, Tochter von Prinzessin Margaret und Anthony Armstrong-Jones, 1914 und 90 den Bund der Ehe mit Daniel Chateau einging, zog ihr Hochzeitskleid die Aufmerksamkeit der Welt auf sich und ging als eines der romantischsten Hochzeitskleider in die Geschichte des Königshauses ein. Aber hinter Lady Sarahs großem Tag verbirgt sich mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Kommentiere eins, wenn du Lady Sarahs Neuigkeiten verfolgt hast. Und jetzt lasst uns mehr herausfinden. Fangen wir mit ihrem frühen Leben an. Während ihrer Erziehung verbrachte Lady Sarah ihre Zeit im Kensington Palace, einer Umgebung, die sowohl von der Pracht des Königshauses als auch von den Herausforderungen in ihrem Privatleben geprägt war. Die Tatsache, dass sie in das Herz des britischen Königshauses hineingeboren wurde, ermöglichte es ihr, sowohl die Vorteile als auch den Druck zu erfahren, die mit ihrem Adel einhergingen. Sie war dazu in der Lage, weil sie in ihre Familie hineingeboren wurde. Sie verbrachte ihre prägenden Jahre inmitten der Pracht des königlichen Lebens, einer Zeit, in der Respekt vor Tradition und Pflicht von höchster Bedeutung waren. Sie hat den Wert dieser Dinge nie vergessen. Andererseits war ihr Familienleben trotz des luxuriösen Eindrucks, den das Schloss vermittelte, alles andere als perfekt. Obwohl die Ehe ihrer Eltern anfangs sehr viel was brechend war, begann sie zu zerbrechen, als sie älter wurde. Und das, obwohl sie anfangs sehr viel was brechend war. Als Lady Sarah zwölf Jahre alt war, waren die Risse in der Beziehung ihrer Eltern so tief, dass es kein Zurück mehr gab, was schließlich zur Scheidung führte. Dies war der Grund für die Scheidung. In dieser Zeit des Umbruchs sah sich die junge Sarah mit einer Vielzahl von schwierigen Situationen konfrontiert. Während sie versuchte, ein gewisses Maß an Normalität in Bezug auf ihre königlichen Verpflichtungen und ihre Schulausbildung aufrecht zu erhalten, musste sie auch die Komplexität der schwierigen Beziehung zwischen ihren Eltern bewältigen. Zwei Jahre später, als die Scheidung ihrer Eltern endgültig vollzogen war, kam der endgültige Schlag. Dieses Ereignis markierte den Abschluss einer Zeitspanne und den Beginn einer neuen Phase in ihrem Leben, die von mehr Unvorhersehbarkeit geprägt war. Trotz der Herausforderungen, mit denen sie in ihrem Privatleben konfrontiert war, fand Lady Sarah Trost und Inspiration in der natürlichen Schönheit der königlichen Anwesen wie Sandringham und Balmoral. Diese Ländereien liegen im Vereinigten Königreich. Durch diese Ausflüge, die wirklich notwendig waren, konnte sie dem emotionalen Aufruhr, der zu Hause herrschte, entkommen. Das war für sie sehr wichtig. Sie entwickelte eine Leidenschaft für die Malerei, die sie für den Rest ihres Lebens begleiten sollte, als sie in Sandringham lebte, das für seine großen Gärten und seine ruhige Landschaft berühmt ist, sowie in Balmoral, das in den majestätischen schottischen Highlands liegt. Beide Orte befinden sich in Schottland. Lady Sarah war eine begabte und professionelle Malerin, die viele Stunden damit verbrachte, die atemberaubenden Landschaften, die sie umgaben, zu malen. Sie war eine Meisterin ihres Fachs. Die Bilder, die sie schuf, waren für sie nicht nur ein Hobby, sondern vielmehr eine Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken und loszulassen. Inmitten des Aufruhrs, den sie in ihren prägenden Jahren durchlebte, konnte sie durch die Malerei Frieden finden und ihre Gefühle verarbeiten. In ihren Landschaften, die voller komplizierter Merkmale und leuchtender Farben waren, konnte sie die Tiefe und Komplexität ihrer inneren Welt vermitteln. Die natürliche Schönheit ihrer Umgebung spiegelte sich in ihren Landschaften wieder, aber sie bezog diese Eigenschaften auch in ihr Werk ein. Die Beziehung zu ihrer Großfamilie, insbesondere zu ihrer Tante, die sie liebevoll die Königin nannte, war eine weitere Quelle der Stabilität und der Zuneigung, die sie in ihrer Erziehung erfuhr. Da Lady Sarah die einzige Nichte der Königin war, hatte sie einen einzigartigen und außergewöhnlichen Platz in ihrem Herzen und wurde von ihr hochgeschätzt. Sarahs eigene Familie vermittelte ihr nicht immer das gleiche Gefühl der Zugehörigkeit und Zuneigung, das sie durch diese Beziehung erfuhr. Sarahs Familie vermittelte ihr diese Gefühle nicht immer. In Sarahs Leben waren die Liebe und Unterstützung der Königin eine konstante und beruhigende Präsenz. Das galt für ihr ganzes Leben. Die Beziehung von Prinzessin Sarah zu ihrem Cousin, König Karl den Ertreten, ist eine der wichtigsten Beziehungen in ihrem Leben. Diese Verbindung war für sie von großer Bedeutung. Trotz des beträchtlichen Altersunterschieds, der zwischen ihnen liegt, haben Sarah und Charles immer eine besondere Verbindung gehabt. Sie schienen sich von klein auf zu verstehen und zu unterstützen. Trotz des großen Altersunterschieds zwischen ihnen. Eine starke Zuneigung füreinander, gegenseitiger Respekt voreinander und ein gemeinsames Interesse waren alles Eigenschaften, die sie miteinander teilten. Es war König Karl, der für seine eigenen kreativen Neigungen bekannt war, der die Entdeckung machte, dass Sarah in ihrer Persönlichkeit mit ihm vergleichbar war. Beide verschafften sich durch die Malerei ein Gefühl der Gelassenheit, das ihnen auch die Möglichkeit gab, ihre kreative Seite zum Ausdruck zu bringen. Im Laufe ihrer Verbindung entwickelten die beiden eine gemeinsame Begeisterung für die Kunst, die schließlich zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer emotionalen Verbindung wurde. Wann immer sich die Gelegenheit bot, machten sie sich auf den Weg nach Balmoral, wo sie inmitten der herrlichen Landschaft ihre Staffeleien aufstellten und dann stundenlang gemeinsam malten. Diese Praxis wurde fortgesetzt, bis sich die Gelegenheit bot. Bei diesen Gelegenheiten ging es nicht nur darum, Kunstwerke zu schaffen, sondern auch darum, ihre Beziehung zueinander zu vertiefen, den Austausch von Ideen und Gefühlen zu erleichtern und ihnen die Möglichkeit zu geben, in der Gesellschaft des Anderen Ruhe zu finden. Sarahs enge persönliche Bindungen und ihre Beteiligung an wichtigen Familienereignissen haben dafür gesorgt, dass sie während ihres Aufenthalts in der britischen Königsfamilie stets eine entscheidende Rolle gespielt hat. Diese Rolle wurde durch Sarahs Teilnahme an bedeutenden Familienereignissen definiert. Es besteht allgemein Einigkeit darüber, dass ihre Rolle als Hauptbrautjungfer bei der Hochzeit ihres Cousins Charles, Prinz von Wales, mit Lady Diana Spencer als eines der wichtigsten Ereignisse ihres frühen Erwachsenenalters gilt. Durch dieses folgenschwere Ereignis, das von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verfolgt wurde, rückte Sarah ins Rampenlicht und in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Sarah wurde aufgrund ihrer Erfahrungen zu einem prominenten und beliebten Mitglied der königlichen Familie. Ihr öffentliches Image als treues Familienmitglied wurde durch die vielen Menschen gestärkt, die ihre Gelassenheit und Ruhe während der Feierlichkeiten beobachteten. Neben der Tatsache, dass sie die wichtigste Brautjungfer ist, hat Sarah auch einen besonderen Platz in den Herzen der Mitglieder der königlichen Familie. Prinz Harry, der jüngere Sohn von Charles, hat sie als Patentante bekommen. Sie wurde mit dieser Rolle betraut, indem er Sarah eine wichtige Aufgabe in Harrys Leben anvertraut, zeigt Charles sein großes Vertrauen in Sarah und seine große Sorge um sie. Das Vertrauen und die Zuneigung, die zwischen uns bestehen, spiegeln sich in dieser Haltung wieder. Weil sie diese Position immer ernst genommen hat, hat Sarah Harry immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, wenn es darum ging, die Herausforderungen zu meistern, die das Leben als König mit sich bringt. Sie hat diese Verantwortung immer ernst genommen. Eine sehr aufregende und spannende Wendung in Sarahs Leben trat ein, als sie mit ihrem Vater für zwei Jahre nach Indien ging. Dort wurde David Lean beauftragt, die Entstehung des Films A Passage to India zu filmen, der zu dieser Zeit gedreht wurde. Lean war der Regisseur des Films. Diese Reise hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf Sarah, da sie während ihres Aufenthalts die breite und reichhaltige Kultur Indiens kennenlernte. Um das Beste aus ihrer Zeit dort zu machen, tauchte sie in die pulsierende Kultur der Region ein und reiste durch das Land, um etwas über seine glanzvolle Vergangenheit und seine atemberaubenden Naturlandschaften zu erfahren. Ihre Zeit in Indien erweiterte ihren Horizont, indem sie ihr die Möglichkeit gab, ein umfassenderes Wissen über die zahlreichen Kulturen und Lebensweisen zu erlangen, die sie während ihrer Zeit dort erlebte. Während ihrer Zeit in Indien hatte Sarah ihre erste Begegnung mit Daniel Chato, der später ihr Ehemann werden sollte. Ihre zufällige Begegnung war ein Glücksfall, eine zufällige Begegnung, die schließlich zu einer Beziehung führte, die für den Rest ihres Lebens Bestand haben sollte. Da Daniel, der auch ein Künstler und Performer ist, Sarahs Liebe zur Kunst teilte, war die Verbindung zwischen den beiden sofort da. Sie konnten ihre aufblühende Verbindung aufbauen, indem sie gemeinsam Zeit in den atemberaubenden Landschaften Indiens verbrachten und sich über die Interessen und Werte, die sie beide teilten, verbanden. Diese gemeinsam verbrachte Zeit führte zum Aufbau ihrer Beziehung. Im Anschluss an ihre Reise zurück nach England kamen Sarah und Daniel zu dem Schluss, dass sie heiraten sollten. Der 14. Juli. 1994 war der Tag, an dem sie sich entschlossen zu heiraten und als Ort für ihre Hochzeit wählen sie St. Stephen Walbrook in London. Diese atemberaubende Kapelle, die von dem berühmten Architekten Sir Christopher Wren entworfen wurde, bot einen Ort für ihre Hochzeit, der nicht nur persönlich, sondern auch historisch bedeutsam für die Zeremonie war. St. Stephen Walbrook war eine gute Wahl für ein Paar, das gleichermaßen Wert auf Schönheit und Tradition legte. Das lag daran, dass die Kirche architektonisch anspruchsvoll war und eine lange Geschichte hatte. In Übereinstimmung mit den Bräuchen, die mit königlichen Hochzeiten verbunden sind, war die Hochzeit eine eher unauffällige Zeremonie, bei der etwa 200 Personen anwesend waren. Mit dieser Entscheidung konnten Sarah und Daniel ihren Wunsch nach einer persönlichen und bedeutenderen Feier im Beisein ihrer engsten Freunde und Familienangehörigen verwirklichen. Die Entscheidung, die Hochzeit in St. Stephen Walbrook abzuhalten, war aus mehreren Gründen bemerkenswert, unter anderem, weil es das erste Mal war, dass die Kirche als Ort für eine königliche Hochzeit gewählt wurde. Durch diese einzigartige Wahl, die dem Anlass einen Hauch von Kreativität und Individualität verlieh, hob sich die Hochzeit des Paares von anderen königlichen Hochzeiten in der Vergangenheit ab. Der Hochzeitstag von Lady Sarah war eine Mischung aus Tradition, Eleganz und persönlicher Bedeutung, die präzise vorbereitet und durchgeführt wurde. Diese Kombination unterstrich durch ihre sorgfältige Planung und Durchführung die außergewöhnliche Stellung, die sie innerhalb der britischen Königsfamilie einnimmt. Der Tag begann mit ihrem Einzug in die Kirche und markierte den Beginn eines Tages voller Freude, Liebe und der ewigen Schönheit, die mit einer königlichen Hochzeit verbunden ist. St. Stephen's Walbrook in London war der Ort, an dem Lady Sarah ankam, und ihr Vater, der Earl of Snowden, war dort, um sie zu begrüßen und zu begleiten. Seine Anwesenheit spiegelte ihre tiefe Verbundenheit wieder, die noch deutlicher wurde, wenn man die vielen unterschiedlichen Erfahrungen und Abenteuer bedenkt, die sie gemeinsam erlebten. Aufgrund der Rolle, die er in ihrem Leben spielte und die darin bestand, dass er sowohl eine Leitfigur als auch eine verwandte kreative Seele war, war seine Unterstützung an diesem Tag für sie von enormer Bedeutung. Er war eine verwandte kreative Seele. Sie gingen gemeinsam in die Kirche und brachten ein Gefühl der Kontinuität und des Stolzes auf ihre Familie mit. Sie gingen gemeinsam hinein. Ihre Brautjungfern brachten ein Gefühl von jugendlicher Ausgelassenheit und Scham in die Hochzeitszeremonie, was für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Eine junge Frau namens Sarah Phillips, die später als Sarah Tyndall bekannt werden sollte, war eine der Personen, die daran beteiligt waren. Außerdem sollte sie später selbst ein berühmtes Mitglied der königlichen Familie werden und außerdem eine großartige Reiterin sein. Die enge Verbundenheit der königlichen Familie wurde durch Saras Teilnahme deutlich, was besonders bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass Mitglieder verschiedener Generationen zusammenkamen, um dieses bedeutende Ereignis zu feiern. Ihr Hochzeitskleid wurde von Jasper Conran entworfen, einem Modedesigner, der für seinen eleganten und modernen Ansatz in der Modebranche bekannt ist. Lady Sarah beauftragte die Talente von Jasper Conran mit der Anfertigung ihres Hochzeitskleides. Aufgrund seiner Fähigkeit, klassische Eleganz mit zeitgenössischer Sensibilität zu verbinden, war Conran bei den mächtigsten Mitgliedern der Gesellschaft sehr gefragt. Lady Saras Hochzeitskleid spiegelte sowohl ihren raffinierten Geschmack als auch ihren Wunsch wider, die exquisitesten Beispiele zeitgenössischer Mode in ihr Hochzeitskleid zu integrieren. Der Designer, den sie für ihre Hochzeit auswählte, spiegelte beides wider. Das Kleid, ein exquisites Beispiel für schlichte Eleganz, war ein Kunstwerk für sich. Das Kleid bestand aus zahlreichen Lagen elfenbeinfarbenem Georgette-Stoff und hatte einen quadratischen Ausschnitt, der Sarahs atemberaubend anmutige Figur betonte. Die Schlichtheit des Kleides ermöglichte es, Lady Sarahs natürliche Schönheit zur Geltung zu bringen, und die langen Ärmel verliehen dem Gesamtdesign einen Hauch von Förmlichkeit und eine zeitlose Qualität. So konnte das Kleidungsstück von Lady Sarah getragen werden. Die fließenden Linien und die atemberaubende Handwerkskunst des Kleides, das gleichzeitig Sarahs raffinierten Stil zeigte, brachten den Einfallsreichtum von Conran zum Vorschein. Ihr wunderschönes Kleid wurde durch das Snowden-Blumendiadem ergänzt, ein Stück, dem eine große persönliche und familiäre Bedeutung zukam. Es war das perfekte Accessoire, um ihr Kleid zu vervollständigen. Ursprünglich war es ein Geschenk, das ihr Vater ihrer Mutter am Tag ihrer Hochzeit überreichte. Das Geschenk sollte die Liebe und Verbundenheit zwischen den beiden symbolisieren. Die Tiara war ein atemberaubendes und kompliziertes Schmuckstück, das aus drei einzelnen blumenförmigen Diamantbroschen bestand, die alle aufeinander abgestimmt waren. Die Verwendung dieser Blumenmuster imitierte die Eleganz der Blumenarrangements, die das Diadem umgaben und trug dazu bei, dass das Design insgesamt eine natürliche Schönheit ausstrahlte. Um die Attraktivität des Diadems noch zu steigern, fügte Lady Sarah einige Blüten in den Kopfschmuck ein. Auf diese Weise entstand eine harmonische Mischung aus Diamanten und frischen Blumen. Durch dieses besondere Merkmal erhielt ihr gesamtes Erscheinungsbild einen weichen und romantischen Touch. Darin spiegelte sich ihre Wertschätzung für die natürliche Schönheit und ihr künstlerischer Geschmack wieder. Durch die Kombination des traditionellen Diadems mit den leuchtenden Blumen entstand ein einzigartiger und bezaubernder Kopfschmuck. Dieser Kopfschmuck war eine wunderbare Wahl für Lady Sarah, da er nicht nur ihren einzigartigen Sinn für Stil unterstrich, sondern auch die fröhliche Atmosphäre des Tages ergänzte. Der eigentliche Gottesdienst dauerte vielleicht 30 Minuten. Was im Vergleich zu den königlichen Ritualen, die oft sehr lange dauern, eine relativ kurze Zeitspanne ist. Die Entscheidung des Paares, ihre Gelübde kurz zu halten, machte deutlich, dass sie sich auf den Kern ihrer Gelübde und den intimen Charakter ihrer gegenseitigen Verpflichtung konzentrierten. Obwohl die Zeremonie nur wenig Zeit in Anspruch nahm, war sie mit viel Gefühl und Bedeutung gefüllt. Um die enorme Verbindung zwischen Sarah und Daniel zu vermitteln, wurde jeder einzelne Moment methodisch organisiert. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als das Paar die Kirche verließ, geschah etwas Unvorhergesehenes. Als sie die Kirche verließen, war der Chauffeur nicht da, um sie zur Abreise zu fahren. Infolge dieses kleinen Rückschlags waren Sarah und Daniel gezwungen, einige Minuten vor der Kirche zu warten. Dieses unvorhergesehene Szenario, das nicht nur schön, sondern auch unvergesslich war, war das Ergebnis dieser Situation. Diese unvorhergesehene Pause ermöglichte es den versammelten Fotografen, eine Reihe von atemberaubenden Bildern zu machen, die die Freude des Paares und die Pracht des Tages festgehalten. Diese Fotos wurden von den versammelten Fotografen aufgenommen. Die Fotos, die von den Fotografen vor der Kirche gemacht wurden, fingen die Pracht des Ortes hervorragend ein, während Lady Sarah in ihrem Brautkleid, dem Diadem und dem langen Schleier zu sehen war. Die Bilder erlangten große Anerkennung, da sie die Braut in ihrem atemberaubenden Brautkleid festgehalten haben. Sowohl das natürliche Licht als auch der antike Hintergrund von St. Stephen Walbrook, der als Kulisse für die Aufnahmen diente, trugen zur ätherischen Schönheit der Bilder bei. Lady Sarah vermittelte den Eindruck, sich in einem Zustand großen Glücks zu befinden, was sich in ihrem gelassenen Auftreten und ihrem strahlenden Lächeln widerspiegelte, die beide die jubelnde Atmosphäre des Ereignisses widerspiegelten. Während der Veranstaltung stach vor allem die Pracht ihres von Jasper Conran entworfenen Hochzeitskleides hervor. Die Lagen aus elfenbeinfarbenem Georgette-Stoff, das quadratisch geschnittene Mieder und die langen Ärmel wurden kombiniert, um ein Design zu schaffen, das sowohl traditionell als auch modern ist. Dieses Design wurde durch die Kombination dieser Elemente entwickelt. Sarahs guter Geschmack hätte nicht besser zu diesem Entwurf passen können. Als schöne Ergänzung zu ihrer Gesamterscheinung trug sie das Snowden Blumendiadem, das mit einigen eingewebten Blüten verziert war und sehr schön aussah. Dieser Kopfschmuck, der eine Kombination aus Diamanten und frischen Blumen enthielt, verlieh dem gesamten Erscheinungsbild nicht nur einen natürlichen, romantischen Touch, sondern auch ein Gefühl von königlicher Eleganz. Es war der lange Schleier, der hinter ihr lag, als sie die Kapelle verließ. Die Aufmerksamkeit auf die göttliche Qualität lenkte, die sie besaß. Die Bilder, die von den Fotografen geschossen wurden, bekamen dadurch einen Hauch von Raffinesse und Bewegung. Ihre Brautjungfern, zu denen auch die junge Sarah Phillips gehörte, brachten mit ihren rosafarbenen Blumensträußen einen Hauch von Farbe und Energie in die Feierlichkeiten. Auch ihre Brautjungfern brachten Leben in die Veranstaltung. Diese Blumen, die einen Farbtupfer darstellen und zur Gesamtästhetik der Hochzeitsgesellschaft beitrugen, bildeten einen leuchtenden Kontrast zu dem weißen Ton von Sarahs Kleid, das perfekt zu diesem Anlass passte. Die Auswahl der rosafarbenen Blumen war nicht nur stilvoll, sondern auch fröhlich, was die mit dem Anlass verbundene Freude zum Ausdruck brachte und zur visuellen Gesamt-Harmonie des Tages beitrug. Nach der Trauung, die in St. Stephen Walbrook stattfand, machten sich Lady Sarah und Daniel Chateau zusammen mit ihren Gästen auf den Weg zum Clarence-Haus, um an der Feier teilzunehmen. Die Feier war ein atemberaubendes Ereignis, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand und die Traditionen, die mit der königlichen Familie verbunden sind, sowie die persönlichen Verbindungen, die die Mitglieder der königlichen Familie zusammenbringen, hervorhob. Ihre Großmutter, Königin Elisabeth, fungierte als Gastgeberin für die Veranstaltung. Angesichts seiner historischen Geschichte und seiner eleganten Innenausstattung erwies sich das Clarence-Haus als perfekter Rahmen für das Fest, das in Verbindung mit der Hochzeit stattfinden sollte. Das Haus, das bis zu ihrem Tod im Jahr 2002 die offizielle Residenz der Königin Mutter gewesen war, strahlte eine warme Aura aus und hatte eine wichtige Verbindung zur Familie der Königin Mutter. Die Königin Mutter hatte dort bis zu ihrem Tod gelebt. Die Tatsache, dass der Empfang an einem so bedeutenden Ort stattfand, verdeutlichte den Stellenwert der Familie im Leben von Lady Sarah und das Bestreben der königlichen Familie, in wichtigen Lebensabschnitten eine Atmosphäre der gegenseitigen Unterstützung zu schaffen. Die Anwesenheit der gesamten britischen Königsfamilie auf der Gästeliste trug zusätzlich zur Größe und Bedeutung der Veranstaltung bei. Dies war ein zusätzlicher Aspekt, der zu diesem Anlass beitrug. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand Königin Elisabeth, die als Mitglied der königlichen Familie anwesend war. Sie diente als leuchtendes Beispiel für die Stabilität und die Solidität, die sie der Familie bot. Auch die Königin Mutter, die für ihre Liebenswürdigkeit und ihr attraktives Auftreten bekannt ist, war bei der Veranstaltung anwesend. Sie brachte ihre eigene Art von Wärme und Raffinesz in die Feierlichkeiten ein, die sie mitgebracht hatte. Im Rahmen des königlichen Kalenders trug die Anwesenheit des Prinzen und der Prinzessin von Wales, die zu den wichtigen Gästen gehörten, dazu bei, die Bedeutung des Anlasses durch ihre Anwesenheit zu unterstreichen. Die Anwesenheit der beiden trug dazu bei, die tiefe Verbundenheit zwischen Sarah und ihrem Cousin, Prinz Charles, hervorzuheben, der während der gesamten Dauer ihrer Beziehung immer eine besondere Beziehung zu ihr hatte. Eine bekannte Persönlichkeit, die bei dieser Gelegenheit anwesend war, war Sophie Rees-Jones, die damalige Verlobte von Prinz Edward, die im Laufe ihrer Ehe seine Frau und Gräfin von Wessex werden sollte. Sie war auch ein Mitglied der königlichen Familie und eine Sonderbeauftragte. Dieses Ereignis war einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte mit der königlichen Familie und markierte den Beginn ihrer allmählichen Eingliederung in die Formalitäten des königlichen Lebens. Es war auch einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte in der Öffentlichkeit. Es kamen neue Mitglieder in die königliche Familie und ihre Anwesenheit war ein Hinweis darauf, dass die Dynamik innerhalb der Familie in Bewegung war und sich veränderte. Die königliche Familie nahm neue Personen in ihren Schoß auf. Die Persönlichkeiten von Lady Sarah und Daniel spiegelten sich in der gesamten Feier wieder, die eine Mischung aus Formalität und persönlichen Akzenten war. Der Empfang war von den Persönlichkeiten der beiden geprägt. Den Gästen wurde ein wunderbares Abendessen serviert, das Gerichte enthielt, die für die besten Beispiele der britischen Küche repräsentativ waren. Dazu wurden Weine und Champagner von höchster Qualität serviert. Die Reden und Trinksprüche betonten die gemeinsame Reise des Paares und die Liebe, die sie füreinander empfanden und trugen zu der aufregenden und fröhlichen Atmosphäre bei, die im Saal herrschte. In den Jahren nach ihrer Hochzeit haben Lady Sarah und Daniel Chatto ihre Familie erweitert, indem sie zwei weitere Mitglieder in die Welt setzen. Auf diese Weise konnten sie ihre Familie vergrößern. Im Jahr 1997 kam ihr erstes Kind, Samuel, zur Welt, das ihnen Glück und einen Neuanfang in ihrem Leben bescherte. Samuel war das erste gemeinsame Kind der beiden. Samuels Geburt markierte den Beginn einer neuen Generation in der Familie und die Fortführung des Familienerbes innerhalb der Familie selbst. Im Jahr 1999 kam ihr zweiter Sohn Arthur zur Welt. Als Arthur jung war, hatte er eine enge Beziehung zu seiner Großfamilie, zu der auch seine Großtante, Königin Elisabeth, gehörte. Ihre Beziehung war sehr eng. Seine Persönlichkeit wurde durch diese Verbindung geprägt, die ein prägendes Moment war. Zwischen 2009 und 2015 diente Arthur als Ehrenpage der Königin, was die Beziehung zwischen den beiden Mitgliedern der königlichen Familie noch verstärkte. Diese Aufgabe, die in der Regel jungen Burschen aus adligen Häusern übertragen wurde, bestand darin, der Königin bei einer Reihe von formellen Versammlungen und feierlichen Anlässen zu assistieren. Diese Aufgabe wurde in der Regel jungen Burschen zugewiesen. Durch seine Teilnahme als Ehrenpage konnte Arthur seine Integration in die königliche Familie und sein Engagement für die Traditionen, die die Familie aufrechterhalten, unter Beweis stellen. Die Tatsache, dass sie kein aktiver Teil der königlichen Familie ist, ändert nichts daran, dass sie aufgrund der von ihr aufrechterhaltenen Verbindungen und der von ihr geleisteten Beiträge eine wichtige Figur in der königlichen Erzählung ist. Einer der bedeutendsten Aspekte ihres Lebens ist zweifellos die Tatsache, dass sie die Patentante von Prinz Harry ist und dass ihr Cousin Charles, Prinz von Wales, der Pate ihres älteren Sohnes Samuel ist. Diese beiden Beziehungen sind für sie von großer Bedeutung. Durch ihre Rolle als Patin von Königin Elisabeth II., für Prinz Harry hat Lady Sarah eine enge Beziehung zu ihrem Cousin, Prinz Charles, und damit auch zu ihren Kindern. Diese Verbindung wird durch die Tatsache unterstrichen, dass sie auch die Patin von Prinz Harry ist. Die Rolle der Patin hat nicht nur eine zeremonielle Bedeutung innerhalb der königlichen Familie, sondern ist auch von großer Wichtigkeit. Der Patin ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass das Patenkind während seiner vielen Lebenserfahrungen Führung, Unterstützung und eine liebevolle Präsenz erfährt. Seit Harry ein kleines Kind war, war Lady Sarah eine verlässliche und freundliche Präsenz in seinem Leben. Sie hat ihm von Beginn ihrer Beziehung an ein Gefühl der Kontinuität und eine Verbindung zu seiner Familie gegeben. Sie wirkte stabil und fürsorglich, obwohl sie ständig hinter den Kulissen präsent war. Es ist besonders wichtig, dies zu berücksichtigen, wenn man den öffentlichen und gelegentlich umstrittenen Charakter von Harrys Existenz in Betracht zieht. Auf der anderen Seite ist die Tatsache, dass Prinz Charles, der Patenonkel von Samuel, dem ältesten Sohn von Lady Sarah, ist ein Symbol für die starken familiären Bindungen und den gegenseitigen Respekt, die innerhalb der königlichen Familie bestehen. Samuel ist der älteste Sohn von Lady Sarah. Die Art und Weise, wie Charles sich aktiv an der Erziehung des gemeinsamen Sohnes Samuel beteiligt hat, ist vergleichbar mit der Hilfe und Anleitung, die Sarah für Harry geleistet hat. Diese wechselseitige Interaktion verdeutlicht, wie eng die königliche Familie miteinander verbunden ist. Die königliche Familie zeichnet sich dadurch aus, dass Verpflichtungen und Zuneigung über Generationen und Zweige des Stammbaums hinweggeteilt werden. Obwohl Lady Sarah kein Mitglied der königlichen Familie ist, das jetzt im Berufsleben steht, ist die Tatsache, dass sie bei wichtigen königlichen Ereignissen anwesend ist, ein Beweis für ihr ständiges Engagement für die Geschichte ihrer Familie. Es ist ihr ein Anliegen, regelmäßig an bedeutenden Ereignissen wie Ostergottesdiensten, Jubiläen, Krönungen und königlichen Hochzeiten teilzunehmen. Sie ist ein engagiertes Mitglied der königlichen Familie. Durch ihre Teilnahme an diesen Ereignissen, die sie regelmäßig mit ihrem Ehemann Daniel und oft auch mit ihren Kindern unternimmt, werden diese großen Momente von einem Gefühl der Kontinuität und des familiären Miteinanders erfüllt. Das liegt an der Tatsache, dass sie an diesen Veranstaltungen teilnimmt. Lady Sarah trat an ihrem Hochzeitstag in einem Kleid auf, das zeitlose Schönheit verkörpert. Entworfen von Jasper Conran, einem britischen Modedesigner, der für seine klassische und raffinierte Ästhetik bekannt ist, spiegelte das Kleid Sarahs ruhige Anmut und ihr tiefes Familienerbe perfekt wider. Das Kleid von Lady Sarah war eine Vision von schlichter Eleganz. Schlicht und doch raffiniert, ohne schillernde Juwelen oder aufwendige Schleppen. Seine Schönheit lag in den reinen, anmutigen Linien und der Romantik seines Designs. Es stand in scharfem Kontrast zu einigen der extravaganteren Roben, die wir bei königlichen Hochzeiten gesehen haben. Das Kleid hatte ein tailliertes Oberteil mit langen, eleganten Ärmeln, wodurch eine Silhouette entstand, die eher Anmut als Größe betonte. Das aus mehreren Lagen weicher, elfenbeinfarbener Seide gefertigte Kleid fiel in fließenden Falten, die sich sanft um sie legten. Es war romantisch in seiner Schlichtheit und ließ Lady Sarahs natürliche Schönheit zur Geltung kommen. Das Kleid wurde mit einem zarten Schleier kombiniert, der den himmlischen Look vervollständigte. Jasper Conrants Entwurf für Lady Sarahs Hochzeitskleid stand ganz im Zeichen des stillen Luxus. Der Stoff selbst erzählte eine Geschichte und floss anmutig, als sie zum Altar schritt. Es war die Art von Kleid, die nicht zu schreien brauchte, es flüsterte Eleganz. Was Lady Sarahs Kleid so romantisch machte, war nicht nur sein Design, sondern auch die Gefühle, die dahinter steckten. Es spiegelte die Tiefe, echte Liebesgeskickte von Sarah und Daniel Chateauweider, eine, die abseits der Öffentlichkeit erblüht war. Das Kleid verkörperte diese Romantik perfekt, ohne übermäßigen Schnickschnack, nur in reiner, unverfälschter Schönheit. Der persönliche Charakter des Kleides und die intime und freudige Hochzeitszeremonie machten es zu einem echten Kultobjekt. Das Kleid schien die Liebe zwischen Lady Sarah und Daniel Chateau zu verkörpern. Eine stille, dauerhafte Liebe, die nicht im Rampenlicht stehen muss. Jedes Detail des Kleides spiegelte dieses Gefühl wieder und machte es zu einem der romantischsten königlichen Hochzeitskleider aller Zeiten. Obwohl Lady Sarah Armstrong-Jones eine weniger bekannte königliche Persönlichkeit war, hinterließ sie mit ihrem Look am Hochzeitstag einen bleibenden Eindruck. Ihr Kleid gilt bis heute als eine der romantischsten Entscheidungen in der Geschichte der königlichen Hochzeiten. Das zeitlose Design hat im Laufe der Jahre viele Bräute inspiriert und steht mit seiner minimalistischen Eleganz in starkem Kontrast zu extravaganteren Modellen. Lady Sarah ist vielleicht nicht so bekannt wie ihre königlichen Cousinen, aber ihr Hochzeitskleid ist ein fester Bestandteil der königlichen Hochzeitsmodegeschichte. Es ist ein Beweis dafür, dass weniger manchmal wirklich mehr ist. Was macht Ihrer Meinung nach ein wirklich romantisches Hochzeitskleid aus? Bevorzugen Sie die schlichte Eleganz von Lady Sarahs Kleid oder tendieren Sie eher zu extravaganten königlichen Hochzeitsstilen? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Vielen Dank, dass Sie mit uns die zeitlose Schönheit des Hochzeitskleides von Lady Sarah Armstrong-Jones noch einmal erleben möchten. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, um mehr über königliche Mode und Geschichte zu erfahren. Bis zum nächsten Mal.